Ich habe ein Problem mit Menschenreiche. Ich bin mir seit letztes Jahr. Die sagen diese, was sie können hören durch Lautsprecher. Jetzt vielleicht sie machen das ein bisschen leiser, sie können nicht hören, aber normalerweise das ist auf jedem Bahnhof, auf jedem Kaufland. Ich mache meine selber, als Inspektion durch Internet weg, das kann sein, es gibt ja nur Info. Ich möchte, dass diese Arbeit möchten Sie. Ich will, dass Sie reagieren, warum dieser Lautsprecher ist auf jedem Kaufmann. Ich mache aus dem Lautsprecher die Batterien raus und dann ist gut. Das würde ich auch nicht tun. Nochmal, ich warte. Sie machen aus dem Lautsprecher die Batterien raus, dann ist der Lautsprecher still. Nein, ich will, dass es beendet. Ja, das machen Sie jetzt einfach so. Nein, das ist nicht einfach. Ich kann nicht selber das machen. Ich brauche Hilfe von Polizei. Ich könnte auch nicht machen. Sie können sagen, dass ich bin tot und dass ich werde tot und Sie hängen mich, oder? Aber ich habe was abzutun und so eine Scheiße höre ich mir heute nicht an. Und warum? Sie sollte Hilfe nehmen. Da habe ich Ihnen gerade gesagt, machen Sie die Batterien raus und dann ist gut. Das war's. Dankeschön. Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Bacz. Bacz. Genau. Und Nachname? Bacz. Immer noch Bacz. Mein Name ist Bacz. Mein Name ist Bacz. Und Ihr Chef? Wie ist das Name von Ihrem Chef? Sie sind Chef hier. Und von Chef von Chef? Immer noch Bacz. Wir brauchen Sie Ruhe. Okay. Ja? So, kommen Sie in Deutschland auch von Ihnen in der Polizei? So, Polizei von Polizei? Nee, gibt sie nicht. Also. Okay, danke. Okay, danke.